Los, Action! Wie gesagt, bevor ich den Reel schaut, rieche ich mir einfach Käse, also Brötchen hatte ich mal einfach Brötchen genommen, ein bisschen Käse, und ich habe jetzt zwei halbe gehabt, die halbe habe ich einfach hier so gefittelt, die esse ich dann so irgendwie nebenbei, oder mit Ketchup gleich, noch ein bisschen Mayo rein, ein bisschen Mayo, muss morgen einkaufen, fahre ich morgen wieder einen Termin in der Stadt, aber diesmal um 10 Uhr, erst nicht um 8 Uhr, schön noch ein Viertel Körnerwurst da rein, kommt dann noch ein bisschen Ketchup oben drauf, oder sie ist sauer, ein paar Röstzwiebeln habe ich hier noch, und den leckeren guten Eistee, vier sind meine Lieblingsorten Eistee, und zack, bisschen Ketchup drauf, ungefähr wie bei Ikea, aber halt zu Hause gemacht.